Bist du bereit durchzugehen? Wow, schau mich an! Ich bin total orange! Komm schon, das musst du auch probieren! Nein, ich will das nicht! Schubs mich nicht! Komm, los! Schau, das macht Spaß! Wir sind in einer Challenge, das wird total super! Okay, eine, mene, miste! Sieht aus, als dürfte ich anfangen! Wow, das ist ein orangener Drink, glaube ich! Ich probiere es einfach mal! Hä? Das ist scheinbar gar kein Drink? Wow, das ist seltsam! Ich guck mal, was ich hab! Hey, ich hab ein pinkes! Mit Sternen! Aber bei mir ist es das Gleiche! Ich kann auch nicht trinken! Tja, das ist echt schade! Warte, guck mal! Schau, schau, schau! Das ist wie gefrorener Honig! Wow, ich probiere meinen auch! Oh, es kommt raus! Ich esse das jetzt! Mh, es ist unglaublich lecker! Okay, dann probiere ich jetzt mal meins! Wow, das ist so lecker! Oh, oh! Ich muss... Ich muss niesen! Ach, tschi! Willst du mich etwa verarschen? Äh, sorry! Fli-Fla-Flu, wer zuerst öffnen darf? Schere schlägt Papier! Gewonnen! Oh, schau dir diese leckere Frucht an! So pink und hübsch! Ist bestimmt mega lecker! Sollte ich ne Schere benutzen, um die Frucht aufzuschneiden? Nö, ich brauch ein Messer, denke ich! Warte, nein! Das ist es noch nicht! Die Säge ist die Lösung! Ja, es schneidet ganz leicht durch! Wow, ist so schön innen drin! Ich muss näher ran, glaube ich! Zeit, die kleinen Kerne da rauszuholen! Sollte doch schnell gehen mit dieser Zange, oder? So, hab einen! Und noch einen! Okay, das sollte reichen! Jetzt nehme ich diesen Topfen mit Erde! So, ich hab genug rausgeholt! Jetzt kann ich sie auf der Erde verteilen! Und nicht vergessen zu gießen! Du, du steckst da ganz schön viel Zeit rein! Weißt du was? Ich schau jetzt einfach selbst nach! Oh, was ist das denn? Oh, es riecht gut! Nach Orange! Mh, es ist eine Orange! Im Zuckermantel! Hä, was ist das für ein Licht? Mein Topf! Mein Topf mit dem Samen leuchtet! Ah, das gerät außer Kontrolle! Nein! Hör auf! Oh nein! Du warst komplett eingewickelt! Das sieht so witzig aus! Du hättest einfach die Frucht essen sollen! Warte! Ich will zuerst! Wow! Es ist eine Main-Frauenflosse! Mh, die ist bestimmt lecker! Okay, dann mal los! Ich probiere sie! Wow, es ist köstlich! Warte kurz! Ich fühle mich komisch! Ah! 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 What the heck? Wo ist sie hin? Sie ist weg! Naja, ich nehme an, ich öffne einfach meins! Oh, ich habe auch eine Mh, die Frauenflosse! Werde ich dann auch verschwinden? Weißt du was? Auf gar keinen Fall riskiere ich das! Ich meine, wo ist sie überhaupt hin? Okay, ich muss sie finden! Ich mache mir echt Sorgen! Ist sie das auf der Couch? Oh nein, das ist ein Typ! Hey, ist eine von euch pink? Oh nein, rot und blau! Autsch! Ups, sorry! Cooles TikTok! Mann, ich habe sie nirgends gefunden! Okay, es reicht! Ich muss wohl die Mh, die Frauenflosse probieren! Ich muss mutig sein! Nur einmal dran lecken! Mh, wenigstens ist es lecker! Oh nein, ich fühle es! Irgendwas passiert mit mir! Wow, hey, ich bin am Strand und ich habe eine Cola! Oh, eine Schwanzflosse von einer Meerjungfrau! Ich bin eine Meerjungfrau! Oh hey, du hast es endlich hergeschafft! Cheers darauf, dass wir brunschöne Meerjungfrauen sind! Bereit? Ich mache meins jetzt auf! Oh, pinker Kaugummi! Juhu! Ich liebe Kaugummi! Ich bin sehr gespannt auf den hier! Die sind auch so süß! Okay, auspacken und ab damit in meinen Mund! Mh, so fruchtig und saftig! Aufregend! Mal gucken, was ich habe! Oh, ein Teller voller Jellybeans! Oh, und ein Glücksrad! Lass mich das Grüne probieren! Mh, scharf! Mh, was soll ich mit dem Glücksrad machen? Es ist auf dem Roten gelandet! Ah, eine Carolina Reaper! Oh mein Gott, das wird so scharf! Ich bin aufgeregt! Okay, beruhig dich! Ich habe die Rote! Bin ich denn bereit dafür? Ich bin's! Und los jetzt! Mh, die ist gut! Warte mal! Oh, oh! Scharf! Scharf! Es ist so scharf! Es brennt! Es brennt in meinem Mund! Guck mal, was ich für eine große Blase gemacht habe! Ah, meine Blase! Das Feuer hat sie zum Platzen gebracht! Puh! Oh! Oh, du hast Kaugummi im Gesicht! Sorry! Ich bin voll mit Kaugummi! Ah! Hey, was ist das da drüben? Ja, meine Chance zuerst aufzumachen! Hey, ich habe einen coolen, klickenden Lollipop! Der macht ein lustiges Gesicht! Bäh! Okay, ich mache es auch! Wow, dieser Lollipop sieht toll aus! Pink und mit Streifen! Lecker! Ich liebe es! Das ist das Beste! Sieht super aus! Ich gucke mal, was ich habe! Wow, ich habe auch einen Lollipop! Sieht aus wie ein Auge! Sieht ein bisschen creepy aus! Aber ich lieb's! Warte, das bringt mich auf eine super Idee! Jetzt habe ich ein orangenes Auge! Hey, schau mal! Ich habe ein creepy Auge! Ah, dein Auge! Das ist erschrecklich! Was machen wir jetzt? Du bist zum Arzt! Töter! Ich habe dich verarscht! Das ist nicht mein echtes Auge! Oh, ich kann es nicht fassen, dass du mich reingelegt hast! Hey, entschuldige, dass ich dich reingelegt habe! Willst du probieren? Hm, okay, ich verzeihe dir! Okay, ich probiere dein Auge! Hm, das ist so gut! Sogar besser als meins! Oh, wow, ich bin froh, dass du es magst! Ich hoffe, sie guckt mich in einen Spiegel in der nächsten Zeit! Mach deins zuerst auf! Oh, was ist das? Hm, vielleicht öffne ich meins auch mal! Ich habe das Gleiche! Ich glaube, das sind Zuckerwattebällchen! Warte, ist es noch nicht? Wir haben doch noch eins zum Aufmachen! Hm, ich glaube, das ist nur Wasser! Na, ich probiere das jetzt einfach so! Aber der Teller steht auch nicht grundlos da! Okay, ich lege das einfach auf den Teller! Oh, die Zuckerwatte ist verschwunden! Und schau, was übrig ist! Ein kleiner Gummiball! Ich weiss rein! Hm, so schön gummig und lecker! Mit Orangengeschmack! Habe ich auch sowas in meinen? Ich lege sie auf den Teller und guck mal! Siehst du? Die lösen sich in Wasser auf! Es funktioniert genauso wie bei deinem! Und jetzt habe ich auch Gummikugeln! Ich liebe die! Die sind kürzlich! Warte, what the heck? Du hast alle da reingeworfen? Ich will die alle haben! Ich weiß, was ich mache! Ich drücke einfach die Pausentaste auf der Fernbedienung! Juhu, es hat funktioniert! Und sie ist angehalten! Jetzt ist meine Chance, alle Gummibärchen abzustauben! So! Sie hatte recht! Die sind mit Orangengeschmack! Ich werde die anderen auch alle essen! Oh, das waren ganz schön viele! Ich bin total voll! Oh, sie ist immer noch eingefroren! Ich drücke lieber wieder auf Play! Hey, was soll das? Wo sind meine ganzen Kugeln? Du, du hast sie alle gegessen! Halt! Komm sofort zurück! Mist! Sie verfolgt mich immer noch! Ich muss mich irgendwo verstecken und ihr entwischen! Nope, das wird nicht klappen! Es muss etwas Besseres geben als hier! Ich bin mir nicht sicher, ob hinter der Couch so ein gutes Versteck ist! Was soll ich tun? Oh nein! Da kommt sie! Oh! Wo zur Hölle ist sie hin? Der Kleiderschrank? Ist sie da drin? Nein? Okay! Okay! Oh! Was ist mit der Couch? Na dann, hinter dem Vorhang? Also wenn sie nicht hier ist, wo ist sie dann? Würdest du dich gerne in eine Mail-Frau verwandeln? Sag es uns in den Kommentaren! Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos wie dieses! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!